Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. Wolltest du Night City je den Rücken kehren? Klar, einmal habe ich es sogar versucht. Echt? Wie das denn? Bin mit gepackten Taschen ins Flugzeug nach Nepal. Dort wollte ich bleiben. Aber nach einer Woche habe ich es ohne Verkehrslärm und schreiende Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Okay. So, aber ich glaube, wir können auch schneller laufen. Mein tiefes Bein hat. Er war ein guter Junge. Dann hebt das Glas auf ihn, Padre. Oder mehr. De acuerdo. Das werde ich. Wie. Schön, dass du da bist. Wir fangen gerade an. Setz dich, bitte. Hey, wie. Hey. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde euch nicht berichten, wie mein Sohn war oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein. Ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde dreimal angeschossen. Knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinosring ab. Er hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Descans en paz, mi hijo. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Zwölf Runden, Kumpel. Me mandou Cam Porta. Lamentan no estar aqui. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. No hay alguien? No hay alguien? Ich, ähm, ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Mein Job war es, ihn und seine Schmuggelware über die Grenze zu fahren. Er hatte geklautes Zeug von Arasaka gekauft. Super geheime, super wertvolle Eidechse. Ich, ich weiß noch, wie er sagte, dass, dass ich aus einer Gegend komme, wo alle zur Familie gehören. Also, er auch, Jackie Wells. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, war er bereit, dafür zu sterben. Er, er sagte einmal, Brother, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Er trug Haywood immer im Herzen, weil es ihn geprägt hat. Aber das Wichtigste. Jackie liebte das Leben und hatte keine Furcht. Er trug das Herz am rechten Fleck und hat nie lange gezögert. Er dachte, er wäre kugelsicher und wollte zur Legende des Afterlife werden. Und letztlich, der erreicht, was er wollte. Er hat ein paar reichen Säcken den Arsch versohlt. Wenn er jetzt zusieht, dann zeigt er ihnen bestimmt den Stinkefinger. Er hatte vor niemandem Angst und hat das Leben in vollen Zügen genossen. Ruhe in Freude, Tchum. Ich möchte einen Toast aussprechen. Por mi hijo. Danke für deine netten Worte, Bi. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Ofrenda war wirklich schön. So viele Leute sind gekommen. Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los, lade sie doch mal zum Essen ein. Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist ein guter Mann. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Ganz sicher? Jackie würde mich umbringen, wenn das Teil auch nur einen Kratzer abkriegt. Dann zerkratze es eben nicht. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Cuida tepi. Okay. So. Campo ist echt fertig. Meinte, er hat einen Bruder verloren. Ah, hier. Frag mich, ob er das nach deinem Tod auch sagt. Ich vermisse ihn. Nicht heute. Jetzt schon. Ich auch, Capron. Ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Jackie Welts. Ein stolzer Sohn, Haywood. Ich muss weiter, Vic. Klar. Wir sehen uns, Vi. Noch ein Drink? Hey, du. Für Jakito. Trinkst du mit uns? Zu, Herr Wells. Das ist dein Talent. Weißt du? Ich glaube, wir kennen uns. Gustavo Orta. Wie? Ich habe von dir gehört. Mein tiefstes Beileid, Compañero. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Woher kanntet ihr Jackie? Wir sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein. Im scheiß Bibelbuchclub. Jota. Ich habe nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhe und Frieden da oben, Hermano. Okay. Na gut, dann trinken wir noch mal ein. Na gut, warum nicht? Auf, Welles. Möge er in Frieden Ruhe. Lieber nicht, aber danke. Ha, er weiß, wann Schloss ist. Schnauze jetzt. Vamonos. Okay. So, wir haben da aber doch bestimmt noch mehr. Hey. Alles okay? Ja. Schätze, ich bin mit meinen Gedanken immer noch in der Garage. Gib mir einen Moment. Okay. Mit wem sollten wir noch reden? Mit dem Barb Keeper. Stimmt. Soll ich mich jetzt konzentrieren? Okay. Zuhören ist ein Talent. Weißt du? Warum kann ich jetzt nicht mit den anderen Leuten reden? Bisschen merkwürdig. Jo, Jumba. Wie sieht's aus mit dem Trip zum Himmel auf Erden? Willst du mit? Mit irgendjemanden soll ich noch sprechen? Aber ich weiß jetzt gerade nicht mit wem. Ähm, ja. Gut, über den krieg ich noch nicht mal Daten oder so. Valentinos, Valentinos. Nee. Irgendjemand fehlt mir doch hier. Aber ich weiß nicht wen. Irgendein Optionaler fehlt. Ach. Ach, oben ist noch einer. Wie komm ich denn nach oben? Ah, hier. Verabschiedest du dich hier von einem der deinen Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Also, was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Ich glaube fest daran, dass Herr Gott begegnet ist. Mehr nicht? Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war. Aber ich denke, Jackie war es. Jackie, kanntest du ihn gut? Aber geh, oder was? Okay, auf den bin ich nicht so gut zu sprechen. Jetzt fehlt mir eigentlich noch der Barkeeper. Aber irgendwie... Mit dem Barkeeper kann ich gerade nicht richtig reden. Konzentrier dich jetzt, okay? Ja, ich konzentriere mich jetzt. Ah! Ja, ich konzentriere mich jetzt. Gerne. Für Jackie. Amen, Bruder. Komisch. So ohne Jackie hier. Hab die ganze Zeit das Gefühl, ich drehe mich um und er sitzt an der Bar. Auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Okay. Gut. Verlasse die Bar. Oh Mann. Hoppala. Gleich Level up bloß, weil wir jetzt rausgegangen sind. Gut, jetzt würde mich mal kurz was interessieren. Können wir die wirklich rufen? Oh, die kommt sogar vollautomatisch her. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Bevor ich jetzt da mit der Maschine versuche, durch die Gegend zu gucken. Boah, ist aber ein heißes Teil. Oh, richtig heiß. Schnieke, schnieke. So. Aber bevor wir da jetzt weitermachen, gucken wir uns jetzt erstmal die nächste Quest aus. Wir haben ja noch ein bisschen was hier zu tun. Äh, besser spät als nie. Mhm. Nee, hier. Wie wär's damit? Sprich mit Misty. Genau. Und zwar, vielleicht kannst du bei dieser abgefahrenen Bilder ja wirklich deinen Augen trauen. Vielleicht hat der Biochip dein Hirn auch schon im Scope verwandelt. Naja, in jedem Fall solltest du diesen Symbolen auf den Grund gehen. Die tauchen echt an den seltsamsten Orten auf. Wenn ich du wäre, würde ich mal mit Victor über diesen Charakter, nee, Charaka, Tante, darüber unterhalten. Wenigstens einen von beiden dürfte das interessieren. Okay. Gut, dann wollen wir mal da hin. Einmal drehen. Oh, Gott. Dann bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt mit Navi und Co. hinkriege. Das ist aber ein Schlitten, ne? Hier kommen wir aber richtig schnell auf Touren. Das Bremsen funktioniert ja auch. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Und warum macht meine Karte jetzt so Spirenzien? Äh. Ich bin nicht, glaube ich, dabei. Aber das fährt sich richtig gut. Na gut. Also, ich glaube, das nehme ich immer von A nach B zu gucken. Aber irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir fahren hier vollkommen in die falsche Richtung. Okay, mal kurz gucken. Äh. Hä? Wo schickt er mich denn ganz hin? Zumal es wird mir auch nichts angezeigt. Warum nicht? Ja, sprich mit Misty. Ziel verfolgen. Und er gibt mir hier eigentlich nur... eine gerade Strecke irgendwie. Ohhhh. War ich nicht. Niemand hat wird gesehen. Ich hoffe, das Ding hat wirklich keinen Kratzer. Okay. Irgendwie... Ohhhh. Irgendwie recht schräg mit dem Motorrad. Boah, Alter, so ist es ja noch komplizierter. Aber gibt auf jeden Fall... ordentlich was her. So, jetzt hier um die Ecke. Bin ich hier jetzt wirklich richtig, oder? Ey, wer hat mich da jetzt von hinten angerammt? Ah, doch, wir sind hier richtig. Ja, hm. Ich möchte hupen können. Ja, ja. Keiner ist ein Mensch. Stimmt, dann war das hier hinten durch. Jetzt erinnere ich mich wieder. Äh, nee. Das war ja hier hinten bei, äh, Vic. Der jetzt auch schon da ist. Ach, hier ist es. Was? Das große Arcanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis. Arcanes Wissen in Symbolform. Eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine echt harmonische Einheit. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihrem rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten. Und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Okay. Aber ich will trotzdem nochmal runtergehen zu... Weg. Hör zu. Bitte lach jetzt nicht. Aber ich sehe seltsame Sachen in der Stadt. So eine Art Wandbilder. Aber ich weiß, sie sind nicht echt. Sicher nur ein Kiroshi-Bug. Ich sehe mir das an. Nein, nein. Die Bilder sind zu komplex für ein Bug. Es sind Symbole für irgendwas. Dann ist es der Biochip. Das Gehirn kommt nicht mit dem Daten-Overload klar. Oder er hat schon den Cortex erreicht. Kannst du was machen? Nein. Versuch irgendwie den Biochip loszuwerden. Okay. Gut. Aber wir könnten ja nochmal kurz... Kann ich nicht mehr mit dir reden? Geh mal kurz raus. Und geh nochmal rein. Ah. Okay. So teuer? Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an. Die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Wie kann dein Gejammer gut ab? Ja. Mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Okay. Gut. Wir müssen ihn auch nochmal bezahlen. Stimmt. Das habe ich schon so gut wie fast vergessen gehabt. Machen wir auf jeden Fall. Weil Schulden sind Ehrenschulden. Müssen wir mal gucken, wie wir das ganze Geld zusammen kriegen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal ein Level Up. Das heißt, ich gehe hier nochmal auf Reflexe. Und wir hätten nochmal ein weiteres Attribut. Genau. Machen wir hier nochmal die Gewehre etwas besser. Okay. In Richtung. Okay. Cool. Ja, gibt schon coole Sachen. Aber mal gucken. Gut. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Das mit dem Graffiti. Da wird mir jetzt nichts weiter angezeigt, oder? Nee, halt. Wo will ich denn jetzt hier hin? Oder werden mir jetzt Graffitis angezeigt, wo die alle stecken. Ihre Körper, Alter, niemals. Und achtet auf ihre Augen. Kalt und tot. Ich finde alle Tatort-Graffitis. Oh je. Ja, irgendwie. Hm. Eine Frage der Ehre. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein Tattoo gewesen. Aber wie soll ich denn hier so finden? Hm. Gibt ja so viel hier. Hm. Subitiere das Ziel. Frage auf dem Markt nach Anna Henwell. Gibt ja hier auch so viele Questen. Nebenmissionen. Okay, achso. Hier unten sind wir. Bezahle deine Schulden bei Victor. Okay, machen wir erstmal das hier. Saburo ist nicht wirklich tot. Saburo ist nicht wirklich tot. Er war weit ungestört in der Familiengruft. Labt sich am Blut seiner Diener und erwartet seine blutige Verjüngung, um dereins zurückzukehren. Merkt euch meine Worte. Ja, okay. Aber Saburo ist wirklich tot. Vertrau mir, ich weiß es. Welch Überzeugung. Du hast einen Tod mit eigenen Augen gesehen. Na ja, also eigentlich... Äh... Nein. Hab ich nicht. Ah, siehst du? Siehst du? Doch wie, fragt ihr, können Sterbliche zu Monstern werden, die dem Tod trotzen? Mit Hilfe der Techno-Nekromanten von Alpha-Zet-Dauri. Es war ihr Blut, das Saburo Arasaka trank, um sich in diese Teufelsblut zu verwandeln. Gary, verrat doch keine Arasaka-Geheimnisse. Die finden dich. Na und? Die Sat ist ausgebracht. Die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus dem Fängen der Eindringlinge befreien. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt. Das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Klein klingt machbar. Aber gib's nicht für Blödsinn aus. Danke. Das bringt mir ein, zwei Tage. Na denn? Aber jetzt ist die Frage... Wenn ihr ihre Existenz wesentlich lognet, haben sie schon gewonnen. Radiowellen bringen euch die Wahrheit. Sollen die mit Ohren zuhören und die mit Augen sehen. Okay, ist einfach jetzt nur noch so weit auf... Danke, hab ich verdient. Danke, hab ich verdient. Ihr Mucht der Schild erwirbt sich genau über unseren Köpfen. Haltet euch... Ähm... Irgendwie... Akzeptiert die Wahrheit, ehe er zu spät ist. Hätte ich ihm jetzt mehr Geld geben müssen? Ich glaub schon. Wenn ihr ihre Existenz wesentlich lognet, haben sie schon gewonnen. Okay, gut. Scheiben hat das nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hab. Ist nicht grad ne Augenweide. Äh, du auch nicht. So. Gut. Dann würd ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich guck mal nach ner neuen kleinen Quest. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann. Also, schaltet wieder ein und bis dann.